So Leute, es ist wieder Freitag. Ich bin die ganze letzte Woche mit dem Ding hier rumgegangen. Habe ich gleich abgelassen, gleich im Bokuss, alles mit Dorn gezogen, außer bei den Hubschrauben. Ne, hier ist wieder alles dritte was ich gewonnen habe. Bücher, Schuhe, Flaschen, Altpapier, was auch immer. Stoppt euch das Ding so voll wie ihr möchtet, oder macht es ohne. Und heute machen wir Slow-Motion-Klimmen. Slow-Motion-Me-Boy. Also richtig schön langsam. Und zwar, mit einer kleinen Besonderheit. Das heißt, ihr guckt natürlich wieder Persen auf den Boden, so tief wie möglich runter. Und jetzt versucht ihr euch im Grunde genommen so über 5 Sekunden Ladungstab abzusenken. Und dann kommt ihr, also haltet unten kurz spannend, und kommt wieder ganz langsam hoch. Bis zum Parallel, zählt dann so bis 3, 21, 22, 23. Und geht dann wieder in Slow-Motion, ganz ganz langsam hoch. Und dann kommt die nächste Selle. Also ganz langsam runter über 5 Sekunden, bis die Oberschenkel parallel zur Erde sind, wieder hoch. Das versuchen noch bis zu 3 Sekunden zu halten. Und dann langsam weiter bis ihr aufrecht steht. Ihr könnt das auch gerne ohne Last machen. Oder könnt dann sagen, okay, ich mach die ersten Durchgänge mit Last, dann setz die ab. Oder nehm hier eine Flasche raus. Und passt das so ein bisschen an oder als Pyramide. Ich fang erst ohne an, nehm dann mal eine Flasche, zwei Flaschen, drei Flaschen und so weiter. Hier macht ihr mal bis zum Versagen. Das wären nicht unendlich viele Wärme. Dann macht ihr eine Minute Pause und macht den nächsten Durchgang. Und davon halt so 5 bis 15 Durchgänge. Und das wäre das ganze Wochenende ordentlich spüren, denke ich mal. Also nehmt eine Last, die ihr überwältigen könnt. Und es ist auch kein Problem, wenn man sagt, okay, ich muss die da irgendwann in der Zeit anpassen und ein bisschen was rausnehmen. Viel Spaß. Bis gleich.